Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Hot Online Farm. Wir haben ja gestern ein bisschen Silo geschoben, ist ja jetzt 100%ig verdichtet, kann man also abrücken. So, werden wir mal hier mit unserem Stuhl hier wegfahren. Der Silo und Co. da drüber schopfen. So, Scherit, gucken wir mal ab. Und dann geht's ab, ein Hänger schnappen und zurück zurück. Ne, dann brauchen wir noch ein Hänger schnappen, zurück zurück und uns hier die Sämaschine und dann können wir da dran basteln, nächstes oder meines Ansehen auf dem Feld. So, dann können wir gleich erstmal hier den Kurs röschen hier, zack. So, schnappen uns hier. Volk 3. So, sieht's bei Schare aus. Alle sind im grünen Bereich. Fast 75 Tiere. Geht voran. So, Vollgas. Alle sind im 괜찮ά und nicht alle sind. Es ist so Court zu nur. Also geht's. Übrig진 weiter über Smart increase. Dann wird noch ein paar Barker um einen пож smells perreAg. Oh, ich schau mal hier auch. Das ist doch voll dann eng. Und fest ist klar. Ich fahre mal andersrum kurz. Ich fahre mal andersrum. Ich muss hier nicht mehr auf die Riese gehen. Ich muss hier nicht mehr auf die Riese gehen. Oh, hier haben wir. Das ist nicht mehr. Wir könnten hier aber auch hier reinstehen für den Neuzugfeld. Schauen wir mal hier rein. Wir haben uns mit einer blöden Tone. So, jetzt brauchen wir genau Dichter. Brauche ich doch. Das passt doch. Raps wollen wir nicht. Mais. Ach, gleich gefahren. Wir gucken ob das reicht, wenn wir dritten haben. Ich hoffe es. Die Hoffnung stört Glück halt nicht zuletzt. Jetzt haben wir immer noch unsere Feuerwehr. Wie uns dann da auch schon grünen kann. Hüttchen Böhm. So. So, let's go. Neue Anjot. We'll see you. So. Vollgas raus. Mit der Seemaschine im Schlepptauch. So. 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 Ich bin ja eigentlich weit weg. Nicht zu passen. Autologin of Mist. Drei Hupen vorgewenden. Sicher, sicher. Autologin of Mist. Eigentlich brauche ich es nicht. Lieber fahren. So. 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 Hier sieht der Kuchel Gras. Wenn es rollen, oben steht, kann man mal ein Kuchel Gras drin. Okay. Verstrecke mich schon ein bisschen. Krass drin. Schauen wir einfach mal die Übersicht. Cooler Mice. Wie sagt Curlermice? Cooler Mice. Cooler Mice. Cooler Mice. Dass wissen will klein. Wir müssen約 20.000 €'2'4'3'. Ich muss die freisätig jetzt konformen, die dürfen nicht abhaken. Ich muss die freisätig jetzt konformen, die dürfen nicht abhaken. Aber egal. Also die sind nicht so fein. so 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 So, ich muss mal schütteln, das passt heute, passt. So, eine Zeit. So, jetzt wurde die Kruppelt. Mit dem Gras verbaut mich zwar ein bisschen, hat auch über sich Sack. Wenn der Dingsbums sagt, wie nennt sich hier das? Ich habe mich gerade hier auf dem Namen wieder mit hießt. Glensmach, das haben wir's. Glensmach sagt, boah, das ist kaum am meisten. Also das ist kaum am meisten. Das ist kaum am besten. 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 Und dann ist das kaum am besten. Das ist kaum am besten. Ich muss auch mal ein bisschen am besten. Und das ist kaum am besten. Das ist kaum am besten. Das ist kaum am besten. Aber die kostet offen nicht, das kostet fast alles eine halbe Million. Ich bin erst mal froh, dass ich wieder vorher alles hier hingekriegt habe. Ich habe aber eine gute Einnahmequelle über die Moodfabrik. Ich bin jetzt hier hoffentlich eine Gelddruckmaschine. Und das andere, dass es öffentlich Geld macht, das hier Dingspast. Doch diese kann man verkaufen. Darum nicht verkaufen. ... ... ... ... ... Das ist gut. Die letzte Folge sind fast wieder zu Ende. Das Feld schaffen wir. Da werden wir ein paar Überminuten machen müssen. Eine halbe Stunde Folge soll es nicht unbedingt werden. Aber noch sind wir im Zeitlimit. Nach Arbeit mit uns. Da sind nur noch maximal drei Bahnen. Dann haben wir das auch geschafft. Da sind wir da vorne so langsam mit der Arbeit vorangekommen, wie ich gedacht habe. Nach der Schaffmotive heute genauer angefangen habe. Mit der Aufnahme. Aber dass das so gut läuft, habe ich jetzt nicht gedacht. Wir müssen einfach nur die mittlere Bahn hier ziehen. Und wir müssen das lassen. Und dann haben wir es geschafft, sogar mit dem Mais. Und dann haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir klappen den Stuhl zusammen. Und ich komme jetzt zum Ende mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns den Teufel zusammen. Und ich komme raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso. Tschüss. Tschüss.